Was glaubt man uns nicht weiter aus der Dier und willkommen zu einem Super Bad Road Video Es gab lange Zeit keines mehr, aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir das gerade jetzt auffrischen Denn am 7.12.2018, 37 Mauts unserer Zeit, werden die Super Bad Road Stages daily online sein Und vielleicht kommen dann auch die neuen Super Bad Road Kategorie Stages Denn in JP kamen sie in der Celebration Full Power Goku, vielleicht Freunde Aber um die neuen Kategorie Stages geht es sich nämlich perfekt als Auffrischung jetzt quasi Da sie auch dann daily online sein werden Sind wir hier in dem Xtreme AGL Team Mit dem Xtreme AGL Team sind wir richtig Im Super Bad Road Im Super Bad Road und zwar Lass mich das gleich kurz erklären, wie ich mein Team hier gebaut habe Ich bin auf jeden Fall in einem Doppel Super 17 Leader Und ich würde für die Xtreme AGL Stage auf jeden Fall Oder mit dem Xtreme AGL Team auf jeden Fall euch empfehlen In einem Super 17, also Doppel Super 17 Leader euch zu bewegen Warum? Denn Super 17 hat eine 40%ige Damage Reduction Wenn ihr einen guten Super 17 macht, dann macht ihr auch gut Schaden Er kommt nämlich auf bis zu 120% Das Wichtige ist einfach die Damage Reduction Und ganz ganz wichtig für das Xtreme AGL Team Wirklich ganz ganz wichtig Ohne ihm ist es sehr sehr schwer AGL Golden Freezer Denn er hat eine 90%ige Damage Reduction Wenn die HP 50% und drüber sind Deswegen haben wir drei Drei Charaktere schon mal ausfällt Die eine Damage Reduction haben Und das Wiederum Ist für uns in der Hinsicht gut Weil wir dann gute Chancen haben Immer Perfekt AOE Damage Dass wir dann gute Chancen haben Immer über 50 Oder was heißt immer Sondern Wir haben einfach gute Chancen Dass wir über 50% Unsere HP bleiben Damit Golden Freezer Die seine Damage Reduction bekommt Und stellt immer da Golden Freezer hin Wo ihr die meisten Angriffe bekommt Weil der Tank wirklich alles links und rechts weg Wenn er seine Damage Reduction hat Genau Heißt wichtig in dem Team ist Golden Freezer Versucht immer Versucht seinen Versucht seine Pass immer aktiv zu halten Und dann ihn in einer Relation zu halten Wegen der Damage Reduction In Super 17 kann man auf jeden Fall auch in einer Relation halten Zum Beispiel wenn man jetzt hier Wir haben hier Golden Freezer Super 17 Freunde Golden Freezer Super 17 Nein Wir sind unter 50% Ich hätte Super 17 nach links stellen sollen Ich dachte wir sind über 50% Ich hoffe der ultiert uns nicht Da ist zum Beispiel ein Fehlheits gewesen Der hat jetzt seine Passage nicht mehr aktiv Der bekommt gut Schaden Freezer Hä Ich kann nicht gucken Ich kann nicht gucken Sorry Freunde Oh mein Gott Was ist los mit mir Ich kann nicht gucken Wir waren knapp über 50% Oh mein Gott Ich hab gerade so Schiss Wir waren knapp über 50% Sorry Sorry Dafür ohne Spaß Ich Ich hab einfach nur Die Sache ist sie Beim Aufnehmen so Vor allem wenn man Super Bad Road aufnimmt Da versuche ich zum einen Euch mehr oder weniger alles richtig zu sagen Zu belehren Welche Galaktie man mitnehmen kann Zeigt euch noch richtig zu spielen Weil ein Fehler in Super Bad Road Oder wenn man mit Items geht Oder so ist schmerzhaft Und das alles so alles zusammen Da kommt dann sowas raus Wenn ich mal irgendwas übersehe Das ist einfach kurz Nein Aber ist doch alles gut So Jetzt aber Schaut mal Für die nächste Runde Kommt Golden Freezer rein Für die nächste Runde bin ich mir sicher Dass sie dann nicht über 50% sind Deswegen helfe ich mir mit Items aus Und ich wollte meine Items eigentlich ändern Ich wollte noch ein Heel mitnehmen Ich hab das vergessen Shit Ich hoffe wir kriegen das hin Jedenfalls Versucht immer über 50% zu bleiben In der Runde in der Golden Freezer reinkommt Wegen seiner Damage Reduction Wenn ihr dann zusätzlich dazu Wenn ihr zum Beispiel Super 17 Mit Golden Freezer in einer Rotation hält Dann habt ihr zwei Tanks Die haben eine Damage Reduction Die tanken gut Ich denke das würde ich euch eigentlich auch empfehlen Super 17 Golden Freezer Auf jeden Fall eine Rotation Die andere kommt drauf an Was geben eure Charaktere her Wenn ihr Rosé und Majin habt Nehmt sie auf jeden Fall Ich hab jetzt zum Beispiel Zwei Rosé rausgottiert Majin mit da drin gelassen Ich würde eigentlich empfehlen Wenn euer Majin mit da gut ist Dann lasst euer Majin mit da in der Rotation Wenn ihr bei ihm auf eine AOE Damage kommt Ihr trifft jeden Das ist auf jeden Fall gut Wenn euer Rosé auch Sag ich mal gut ist Könnt ihr ihn auch lassen So ist es nicht Wenn ihr das in der Lage seid Beide in einer Rotation zu spielen Macht das Man müsste aber vielleicht mal hier und da Das brechen einfach So wie jetzt Damit Majin mit da in der Rotation Einfach bleibt Bei meiner Zeit Jups Hier sind wir über 50% Schaut mal Freezer Ganz nach links Er bekommt drei Angriffe Super 17 in die Mitte Super 17 wollen wir eigentlich auch Dass er angriffen wird Wegen seiner Passive Das dürft ihr nicht vergessen Aber Da wo man am meisten angriffen wird Freunde Packt er einfach Freezer rein Ihm macht er nichts falsch Wenn seine Passive online ist Äh aktiv ist Sag ich mal Der tankt alles Der tankt wirklich sehr sehr gut Selbst eine Ulti tankt Der ohne Bedenken Sehr schön Also ihr merkt schon Golden Freezer ist ganz klar MVP für das Extreme Agile Team Dann habe ich noch dabei LR Androids LR Androids auf 100% Sollte man nicht unterschätzen Die linken sich in dem Team In dem Set Aber was ich habe gut Dann habe ich noch einen Supporter Dabei Also LR Androids sind auch tanky Machen auch gut schauen Habe ich noch einen Supporter Dabei mit Rildo Wenn ihr einen anderen Supporter habt Wie zum Beispiel C17 Könnt ihr ihn reinholen An sich Freunde Wir gucken uns nachher mal Die Charaktere Meine Charaktere an Und ich nenne euch dann mal Ein paar weitere Extreme Agile Charaktere Die man auf jeden Fall nutzen könnte Wenn ihr schon jetzt Vorab welche habt Dann lasst es euch auf jeden Fall In den Kommentaren wissen Hilft euch da gegenseitig aus Okay Da komme ich auf keine Ulti Aber Hauptsache Margin Ulti Und ja Deswegen hat es mich angekotzt Dass ich vergessen habe Weißgescheheel Item mitzunehmen Weil ich will immer Dass Freezer Aktiv ist An der Passive Ich hätte dann noch Ein weiteres Ziel Item mitnehmen sollen Weil man merkt schon Wenn man irgendwas falsch läuft Und das kann schnell passieren Im Super Bad Road Dann bekommt man einfach viel Schaden Dann bekommt man einfach viel Schaden Und ja Dann braucht man Auf jeden Fall Schon die richtigen Items Ansonsten Wenn ihr aber Freunde Wenn ihr aber Thales habt Den Movie Boss Die da Thales Nehmt ihn auf jeden Fall In euer Team Lassen Kittus rein Er tagt plus 40% Und er tut Super Class Enemies Deren Angriff Um minus 15% Senken Movie Boss Thales Wenn ihr ihn habt Nehmt ihn auf jeden Fall rein Da macht ihr wirklich nichts falsch Ähm Was ich vorhin probiert habe War Ich habe ja Thales selbst nicht Ich habe aber Als Friends Den Movie Boss Die da Thales genommen Problem hierbei war Die Movie Boss Charaktere Haben Boost genommen Ich habe dann auch Den Great Ape Thales mitgenommen An sich schon mal Ausweg vielleicht Wenn ihr Thales habt Und ein Great Ape Thales Zum Beispiel wie ich Auf 100% Dann könnt ihr die beiden Auch spielen Im Super Bad Road Also den Great Ape Thales Dann warum Die teilen sich Bis zu Durch die Links Bis zu 80% Auf den Angriff Und beide haben Und beide haben eine Medium Chance Den Gegner zu stunnen Also auch der Movie Boss Die da Der hat auch einen Stun dabei Das wäre vielleicht Auch gar nicht mal so schlecht Aber Als ich meinen eigenen Die da Super 17 genommen habe Friend Movie Boss Die da Thales Da hat dann Darunter Da haben dann Die Charaktere gelitten Die nicht zu der Movie Boss Kategorie gehören Und das sind im Prinzip Dann Moment Gewesen Zum Beispiel Rosé Und Margin Vegeta Und das hat man schon gemerkt Und wenn Margin Vegeta Da ein bisschen Ja guck mal Ich will mich jetzt auch nicht Hingen Ganz ehrlich Ich will mich da eigentlich Nicht hingen Ich hätte mehr Heats Mitnehmen sollen Ich bin jetzt unter 50% Eigentlich Eigentlich würde ich das Wenn ihr es könnt Vermeidet das Aber ich würde nicht So viele Items Verballern Ähm ja Das hat leider Nicht so gut funktioniert Wenn ich als Friend In Thales mitgenommen habe Weil Margin Hat darunter gelitten Der bekommt dann nur Keep Usrell 50% durch Thales Nice done Sehr schön Er ist eh down Und deswegen Wenn ihr Thales habt Nehmt ihn in euer eigenes Team Und spielt einen Super 17 Doppel Lead Ich bin mir sicher Auch mit einem Thales Als Friend würde es gehen Oder Thales als eure Leader Super 17 als Friend Auch ohne Margin Vegeta Sollte es gehen Aber Wenn ihr die Charaktere habt Dann nehmt sie auf jeden Fall Wenn ihr die Charaktere habt Dann nehmt sie auf jeden Fall Oder beziehungsweise besser gesagt Ich will euch eher empfehlen Nehmt einen Doppel Super 17 Lead Und das regt mich gerade so auf Dass ich keine Items mitgenommen habe Ich werde Spätestens in der letzten Runde Werden wir es merken Spätestens Das zeige ich euch Spätestens in der letzten Runde Werden wir das merken Dass mir da die Items fehlen werden Ey Dass mir da ein Heal Item gefehlt hat Oder in dem Fall zwei Oh mein Gott Ich will aber Golden Freezer Auch nicht rausbrotieren Aber der bekommt so viel Schaden Jetzt Oh warum 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 Was hast du gemacht Hol mir ein Und sag mir warum Das was ich gerade mache Würde ich eigentlich niemand empfehlen Golden Freezer raus zu rotieren Aber der hat seine Passiv nicht ab Ich muss einfach darauf hoffen Dass ich ihn dann In dem nächsten Kampf Darauf wieder hinkriege Dass er in die Runde reinkommt Mit der Passive Aber so bekommt er viel Schaden Ohne der Passive Freunde bekommt er viel Schaden Ohne seine Passive Aber ansonsten LRN-Ruts wie gesagt Sollte man nicht unterschätzen Sie haben auch angefangen Verteidigung Tun die senken Das ist wichtig bei sowas Jetzt bin ich gespannt Was die tanken Wir haben Items aktiviert Die sollten gut Aber ja Ja Freunde Ansonsten Wenn euch das ganze Bis jetzt schon gefallen hat Dann lasst auf jeden Fall Like da Und falls ihr neu seid Und das ganze Ebenso euch gefällt Dann lasst auf jeden Fall Auch ein Abo Da Nice Damit ihr in Zukunft nicht verpasst Und ja Über jede Unterstützung Freude ich mich Und jede Über jede bin ich sehr dankbar Freunde Okay Nein Ich komme nicht auf die Aoe Das regt mich auf Es regt mich auf Das nicht auf die Aoe Aber guck mal Würde ich jetzt zum Beispiel Rosé Nach links stellen Oder Margin Die würden viel viel mehr Schaden Bekommen als Super 17 Schaut mal Der bekommt null Schaden Wegen seiner Damage Reduction Deswegen sehr sehr wichtig Freunde Margin und Super Golden Freezer Und Super 17 Sind sehr wichtig Für das Extreme AGL Wir werden später noch Wie gesagt Am Ende Wenn wir durch sind Meine Charaktnisse Kurz ansehen Und uns ein paar Gewisse andere Charaktere Anschauen Die immer noch Die Nance Set wären Auf JP gibt es da auch Ein bisschen mehr Die kommen auf Club Natürlich auch noch AGL Metal Cooler Ist zum Beispiel Sehr sehr gut Mit Metal Cooler Kamen noch Free2Play Card Dieser Roboter von Cooler Der in seiner Armee war Oder so Diese Roboter Wisst ihr welche Ich meine Einfach ein Roboter Sorry Der ist vielleicht gar nicht Mal so schlecht Für das Super Bad Road Aber da schauen wir nach rein Ich will keinen Docker Mode Aktivieren Ich will keinen Docker Mode Aktivieren Nicht in diesem Nicht in diesem Kampf Nicht in diesem Kampf Bitte Ich will keinen Docker Mode In diesem Kampf Nicht mal in dieser Runde In diesem Kampf Das wird schwer Ich hoffe ich schaffe es Ich will keinen Docker Mode Weil wenn ich mit Docker Mode Reingehe Die nickt in die letzte Runde Dann ist ein Aoe gegen jeden Da bin ich sowas von im Vorteil Wenn das doch Von Majin Vegeta Zum Beispiel ist Mit Side Dupes Umso geiler By the way Macht die mein Super 17 Natürlich Additional Ulti Sehr sehr schön Mitten im Crit Sehr schön Mein Freund Und das tankst du gut Oder Ja okay Ja also um es kurz zu fassen Wenn ihr Doppel Super 17 Leads seid Ganz wichtig Einfach Golden Freezer Kommt nicht drum weg Er ist ganz ganz wichtig An sich auch Nicht nur in Super 17 Doppel Leads Sondern an sich Nicht einfach Für das X-Stream AGL Golden Freezer Sehr sehr wichtig Majin und Rosé Sind auch wichtig Die sind die Damage Quellen sage ich mal Mit Super 17 Super 17 braucht aber Seine Zeit Boah der kommt gut schaden Supporter könnt ihr mit rein nehmen Wir sind unter 40% Wisst ihr was Ich habe viele Items Ich muss den Docker Mode Jetzt aktivieren Majin bekomm Majin kannst du den Ich glaube nicht Dass du den besiegt Ich will auf jeden Fall Einen Heal behalten Noch Für die letzte Runde Majin Ich fähre dich an Mach ein Crit Bitte Ich muss leider Den Docker Mode Detektivieren Ich komme nicht drum weg Aber mach bitte Ein Crit Bitte Hau ihn Hau ihn um Bitte Du hast Zeit Jups Ah So läuft einfach so schnell Komm schon Majin Wigita Tun zu gefallen Ohne ja typisch Super Bad Road Auf sowas Muss man halt auch hoffen Auf den Potential System Dass man dann die Crits Durchkommen Und dann sofort Muss man einfach Darauf achten Aber Ganz ehrlich Freunde Danke für deinen Crit Okay er braucht kein Crits Er sagt Er hat meine Beifahrose Pass auf Du kennst mich doch Genau das Ganz wichtig Oh gut Jetzt ist Freezer Aus die Rotation Aha Full Life Okay Jetzt muss ich darauf achten Dass ich quasi Freezer muss aktiv sein Der ist in der Rotation Mit Majin Nämlich Okay Ganz ehrlich Wenn ihr Talis habt Mojiboss Rein mit ihm Okay Plus 43 40% Minus 15% Auf die Gegner Super Gegner Und Stun Chance Der ist perfekt Für Super Bad Road So Weg Von unserem Boy Puh Freunde Jetzt muss ich Oh mein Gott Ich muss auf jeden Fall Dafür sorgen Dass Freezer Seine Pest aktiv wird Deswegen aktive ich Wiss Damage Von 40% Für zwei Runden Das machen wir auf jeden Fall Die anderen Charaktere Und Oh mein Gott Wir kriegen nachher Aoe Damage Auf Margin Das wird geil Tut Achtet auch darauf Wenn ihr mal Jimmy geht habt Dass ihr im Super Bad Road Ops für ihn aufspart Damit ihr auf die Aoe Damage Rommen Weil dann trifft ihr Einfach direkt jeden Das macht euch Das macht viel aus Und wenn dann noch Die Stunts durchkommen Weil der hat auch Bei dir Super Attacks Im Stunt Umso besser Umso besser Hat wieder Edition Attack gemacht Ja aber der hat Ehrlich keine Stacks Leider keine Stacks Aber egal Er tut seine Verteidigung Verringern Sehr schön Ah doch Der hat ein paar Stacks Umso besser Umso besser Umso besser Okay Freunde Das sollt man nicht schaffen Ich hab's damals auch Der Mensch bekommt noch 40% Von Rildo Wir haben noch Whis aktiv Rildo wird vielleicht Bisschen Schaden bekommen Aber egal Wir haben Aoe Damage Auf Margin Margin Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Margin Vegeta Jetzt komm Jetzt haust du mir einen raus Aber ganz ehrlich Must have Golden Freezer Oh guck mal jetzt Wie gut der Tank Jeder andere Charakter würde Verrecken von davon Der bekommt nur 57 von Super Bad Road 2,1 Millionen Komm schon Margin Hauen wir die Stunts raus Hauen wir die Crits raus Hauen wir alles raus Crits raus mit dir Kein Crits Kein Crits Aber Stunt Sehr schön Kann man mit Leben Ihr merkt es auch schon Manche Vegeta Ist sehr sehr wichtig Für das Extreme Agile Super Bad Road 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 Sehr schön Aber wie gesagt Freunde Ihr habt es gemerkt Ihr müsst einfach Darauf achten Dass eure Vegeta ist gestunt Da hinten greift Einmal Goku an Soll ich auf Goku gehen Oder Vegeta Ich glaube ich gehe auf Vegeta Weil Goku macht Meisten Schaden Ihr müsst einfach Darauf achten Dass ihr eure Tanks Immer aktiv habt Ein Super 17 In einer Revolution Ist nicht verkehrt Zwei könnt ihr auch spielen Aber auf jeden Fall Golden Freezer In einer Revolution Halten Und so gut es geht Darauf achten Klappt nicht immer Ihr habt es heute gesehen Müsst ihr natürlich Auch ein bisschen was riskieren Aber so gut es geht Darauf achten Dass seine Pass Einfach aktiv ist Freunde Dann macht ihr Ich sag so gut Ist nicht darauf achten Ich hab Wir dürfen nicht Unter 40% fallen Ist halt auch schon Schwer darauf zu achten Weil man muss Die Items schon gut managen Ich sag immer Geiztig mit Items Manchmal mache ich das auch Verlierern das wegen Man muss einfach Ein gutes Gefühl für haben Wann man welches Item einsetzt Ich wusste es Ich wusste Dass der Ultet Und jetzt sind wir unter 50 Ich hab's gewusst Du kleiner Penner Oh Gott sei Dank Hab ich noch ein Heal Item Aufbewahrt Weil Freezer ist jetzt nicht ab Wisst ihr wie viel Schaden Freezer bekommt Der verreckt Da hinten gleich Ich muss es leider so machen Wisst ihr was Ich aktiviere hinterher noch Schamau Ich will einfach so wenig Wie möglich Schaden Jetzt kassieren Weil jetzt Habe ich keine Items mehr Wir sind ja nur noch Zwei Gegner Die müssen wir jetzt runter Bekommen Alles oder nichts Jetzt Müsst jetzt all out Gehen Müsst jetzt alle Register ziehen Aber ja Nein Okay Gott sei Dank Dann haben wir Schamau aktiviert 1,69 Nice Was ein Crit von Majin Vegeta Ich sag mal so Wenn ihr in eure Friendness 100% Majin Vegeta findet Dann kann man es Vielleicht mit ihm auch Probieren Weil er halt auf 100% ist Aber dann könnt ihr Vielleicht auch Items mitnehmen Oder an sich Das Team so bauen Dass er auf sein AOE Damage kommt Weil wenn der mit 100% AOE Damage rauskriegt Die sind auch gut Aber dennoch Glaube ich Die gesündeste Wahl Wäre trotzdem noch Gesundeste Gesundeste Whatever Doppel Super 17 Freunde Doppel Super 17 Aber wenn ihr Thales habt Was macht ihr mit ihm? Ihr nehmt ihn in euer Team Haha Ich kann das leider nicht Weil ich ihn nicht habe GG Genau das Aber er macht auch sehr viel aus Okay Androids Androids hat man auch nicht unterschätzen Wirklich 100% Tanky Machen Gutschan Aber auch Was sie wichtig mitnehmen ist Attack und Death Senken sie Durch ihre erste Super Attack Oder Wenn Rildo das beendet Ist der so geil Rildo Rinho Nein Fast aber Freunde Lass dir das Majin mal das beenden Und dann gucken wir gleich Wie gesagt Ähm Noch kurz meine Charakteriste Damit wir mal sehen Okay Welchen Charakter könnt ihr mitnehmen Etc Oder welche sind auch Nenense Besser gesagt Außerhalb davon Ganz wichtig Doppel Super 17 Und Golden Freezer Einfach für die Tankiness Und dann müsst ihr schauen Welche Damage Habt ihr Argel Rosé Habt ihr Argel Rosé Ja Rein damit Habt ihr Majinita Rein damit Thales Rein damit Also Thales ist einfach Overall der Beste Für das Super Bad Road Für ihn die ganzen Sache Nicht aufgezählt haben Da müsst ihr einfach mal selbst gucken LR Androids Bitte nicht unterschätzen Freunde Wie gesagt Bitte nicht unterschätzen Aber gut Dann schauen wir vielleicht noch mal Am Ende wie gesagt Die Charakter an Welche man nennt Welche Nennset wäre Wie gesagt Hilft euch auch gegenseitig aus In den Kommentaren Die Oberrei hatten wir bereits Im Team Der Es geht Wenn die Attacken Es geht Es geht einfach Bessere Optionen Der ist auch Wenn er auf 100% Wenn er auf 100% ist Könnt ihr vielleicht etwas Gut tanken Ein bisschen was reißen Aber schwierig Der wäre glaube ich riskant Den wie gesagt Der hat eine Medium Der mit Talis Der mit Talis Die könnte man beide vielleicht spielen Da hat man Zaytana im Team Wenn die Mann in einer Rotation sind Geben sich bis zu 80% Sollten das sein Der wäre auf jeden Fall Nennset Der als Supporter Wenn ihr keinen anderen habt AGL-Type Und in K-Plus 3 Attack und der 25% Liegt sich gut mit Super 17 Mit den Androids Alle Androids Alle Androids Wie gesagt Nicht unterschätzen Auf die Ultra Super Attack Haben sie noch Attack und Leftdown Auf jeden Fall auch Die Korin-Freezer-Freunde MVP Puh Wahrscheinlich nicht Erzson Er würde nur healen Er würde nur healen 2% HP Der würde viel Schaden bekommen Barta Vielleicht Weil wenn er der erste Angreifer ist Hat er eine High Chance Die gegnischen Attacken zu dodgen Aber das ist ein bisschen riskant Weil wenn da Wenn direkt in der Erste Runde Wenn ganz links Drei oder vier Kategorien angreifen Dann hat er seinen Dodge Noch nicht Weil er noch nicht angriffen hat Erst nachdem er Als allererster angriffen hat Dann bekommt er die Dodge Chance Wäre auch riskant Der Dürer als Supporter Den sollte man vielleicht Nicht unterschätzen Freunde Den sollte man vielleicht Nicht unterschätzen Wäre aber schwierig Der bekommt für jeden Key Den er einsam mit 15% Auf den Angriff Ob der halt so viel Schaden macht Und ob es sich rentiert Rentiert Ich denke eher nicht Ich denke eher nicht Aber kann man sich Denk mal Nennenswert Wäre vielleicht auch nicht Aber kann man sich auch merken Ist ein Supporter hier Sind schon lang Falls keiner Die kommt noch in Awakening Dann ist sie Also sie ist eine Orb-Changerin Nachher in der Awakening Ist sie dann auch Eine Orb-Changerin Aber kann dann dafür sorgen Dass sie zwei Typen ändert Also durch zwei Typen Ein Argyal-Orb sorgt Oder whatever Jedenfalls ist hier Changing dann besser Sag ich mal Der Supporter Er hat eine 30% Argyal-Type Der bekommt noch ein Awakening Nach dem Awakening Kann man ihn auf jeden Fall Auch nutzen So ist es nicht Da bekommt er Selbst noch mal Ein Angriff-Boost Wenn er angriffen wird Und ich glaube Die Prozentsätze steigen einfach Den könnte man vielleicht auch merken Full Power Bojack Awaked Der hätte nur 90% At Start of Turn Wäre ein bisschen schwierig Was hat der Freesee drauf Das ist mir auch schwierig Der hier Der ist halt komplett einfach Der hat Dodge High Shanks Zu Evade Enemies Attack Also wenn ihr Wenn euch irgendeinen Charakter fehlt Und ihr den habt Der hat noch Attack Load Attack Den Headfighter 17 Dann könnt ihr ihn mitnehmen Weil der hat gute Links Jetzt für das Team Shock and Speed Nightmare Fear and Fate Und der tut den Angriff Des Gegners senken Wenn er holtet Aber halt Immer rein und raus sortieren Den dann immer rein und raus sortieren Wegen seiner High Shanks Und ja Ansonsten Freunde Glaube ich Wäre es mehr oder weniger so Ich glaube so Devin Man und so Funktioniert nicht Der Awake wäre auch gut Ist ein Supporter dann Jan Amber Orb Changer Wenn ihn Awake Aber halt an sich Freunde Wie ihr das Team betrachtet haben Mit Golden Freeze Auf jeden Fall Der ist sehr sehr wichtig Ansonsten kommen in Zukunft Noch wichtige Charaktere hinzu Wie gesagt Lasst euch in den Kommentaren Wissen Falls ihr einen oder anderen Charakter habt Ansonsten Habe ich das Ganze gefallen Wenn ja Gebt den ganzen Like Und wir sehen uns das nächste Mal Laut rein Freunde Peace Wenn ich pull up At your girl Mommy Wann be my word You a man bro Don't you cry I'm a girl back After I'm done I'm done Next time you wait Won't be alright Bye Bye They're a Ú signage Vielen Dank.